Mario Kart, Breath of the Wild und das kommende Mario Odyssey mit dem GameCube Controller spielen? Das ist seit dem Firmware-Update 4.0 für die Nintendo Switch möglich. Nötig ist dafür einer der GameCube-Adapter, die für die Wii U erschienen sind. Er muss vorne in das Dock der Switch gesteckt werden, danach erscheint das Gamepad unter den gekoppelten Geräten. Als einzige Taste wird nur der ZL-Knopf nicht umgesetzt, auch die Rumble-Motoren werden nicht unterstützt. Alle anderen Funktionen sind vorhanden, besonders der Analogstick lässt präzise Eingaben zu. Durch die analogen Schultertasten könnte der Controller für Rennspiele und Rocket League interessant werden. Für Super Smash Bros. ist er es sowieso.